Chance. Ja komm, Batman aufstehen, Batman hüten. Weich, nicht aus, hau ich halt den Clown hier. Du brauchst dich gar nicht zu beschweren, du Grüner, der Blaue ist abgehauen. Ich meine, dass er sich selbst damit auch mit erpischt. So. Nicht mit mir, Freundchen. Weg mit dir. Noch jemand? Nein. Gut. Klar. Wendlich soll ich mich da noch so hinbewegen, dass ich den auch irgendwie treffe. Autsch. Autsch. Lasst mich doch wenigstens mal aufstehen. Genau. Haut euch gegenseitig in die Luft. Leben. Leben. Ne. Ich mag es an meiner Feindesicht, dass ich es gegenseitig kaputt machen. Lebt er noch? Nicht mehr lange. Noch mehr von denen. Ein dünner Clown weniger. Du willst dich von hinten anschleichen? Nicht mit mir, Freundchen. Nicht mit mir, Freundchen. So. Noch jemand, der Ärger will? Du? Pam. So. Was ist das für ein riesen Clown da hinten? Da, 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 da. Oh, wer ist der nächste? Hier? Okay. Ich bin fast tot. Scheiße. Klar, und jetzt kommt ein Pass, wo wir schon fast tot sind. Boah, okay. Musste ja, also kommen. Nee. Oh. Luftangriff. Oh. 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 Nicht mit mir, Mistkerl. Sehr schön. Warum ist der jetzt wieder... Guck mal. Das gibt's doch nicht. Macht Batman nicht wütend. Oh. Na, komm schon. Okay. Erst aufstehen lassen, dann zuschlagen. Na, super, 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 schneller Angriff und so. So. Erst auf den Dermin, fast. Die Strongman. Oh. Okay, zweimal tot schon. Im King, nur den einen Bossgegner. Komm wieder, Mistkerl. Na, komm schon. Trau dich. Haha. Auf die Art kriegen wir ihn jetzt. Jetzt, wo wir seine ganzen Helfer-Helferlein tot gemacht haben. Da ist er, ich sehe ihn. Muhar. Wie, der lebt noch. Nein, er ist tot. Muhar. Szene Nummer 2. Erledigt. Bonuspunkte. 5000 Punkte. Damit wir jetzt schon 61.700 Punkte haben. Badmins Triumph-Fakala-Sieg über die Rote gegen den Zirkus-Gang ist, äh, short level does the penguin apart to the town to Batman. Also, ich kann nicht so schnell übersetzen wie das da kommt, tut mir leid. Ähm, you are not the major. Ach, wie traurig er schaut. Oh, wie traurig er schaut. Dinge ändern sich. You don't really think you will win, do you? Äh, Dinge ändern sich. Und Catwoman. Miau. After the swing, Shrek's Department Store Catwoman escapes to the safety of a nearby rooftop. Okay, wie gesagt, also Leute, ihr könnt mir das gerne den Untertiteln im Detail übersetzen, weil so schnell wie das jetzt hier alles so kommt, kann ich das gar nicht übersetzen. Ich kann's doch schon relativ gut englisch, aber so gut dann auch wieder nett. So, okay, weiter. Okay, gleich das erste Mal selber rausgehauen. Hau ab! Mein Fahrstuhl! Mein Fahrstuhl! So, ich schüppse jetzt einfach immer. Und, ähm, ja, go. Was? Neh mich auch. Na komm schon, bitte. Bitte, 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 bitte. Szene Nummer 3. Auf dem Fahrstuhl. Oder, was es auch noch mal heißen soll. Aufwärts und... Hier kommt keiner weiter. Und hier kommt weiter. So, wunderbar. Autsch, der hat mich erwischt. Miss Kerl. Miss Kerl. Weg von meinem Fahrstuhl. Das ist mein Name. Mein Name. Wie soll das funktionieren? So war das jetzt garantiert nicht geplant. Das ist mein Name. Oh, mein Name. Was ist denn die Scheiben? Irgendwo? Irgendwas? Neeeieieieiei. Neee. Klopp, keine Scheiben. Okay. Drei auch noch. Klopp, weg mit euch. Miss Kerle. Seid doch alle gegen mich. Niemand ist gegen Batman. Ah, okay. Jetzt sind wir wohl auf dem Dach. Okay. Ja, ja, sehr weit auf dem Dach. Wie habt ihr euch das vorgestellt? Soll ich jetzt echt hier so langhangeln? Was ist das so gedacht? Äh, ich hätte auch einfach laufen können. Klar. Ist klar. Ich ignorier den jetzt einfach mal. Und ein letztes Mann. Yay! Er ist tot. Können wir damit eigentlich auch irgendwelche Feinde anlocken? Weißt du, anziehen? Ui, aufwärts. Wir haben Bombe. Weg mit euch. Weg mit dir. Miss Kerle, ihr dumme. Mein Fahrstuhl hier. Okay, so. Das ist vielleicht keine so gute Idee. Die ist klar. Stirb. 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 Geht doch. So. Weiter geht es. Sprung vorwärts. Woohoo. Beweg mich jetzt hier einfach mal am Dach entlang. Keine Ahnung, ob das so richtig ist. Ich bin Spider-Man. Ich bin Batman, der neue Spider-Man. Okay, jetzt haben wir wieder den Blumenranger. Oh, Catwoman. I'm Catwoman. Am I? Waaah. Ja, ja. Wie, wir müssen Catwoman verprügeln. Aber das ist eine Frau. Warum verprügelt man doch nicht? Oh, Batman. Wow. What the fuck? What the fuck? Na komm, wo ist sie? Ah, du misch auch. Hier. Mistweib. Steh auf. Kämpf wie ein Mann. Du Frau, du. Nee, nee. Au. Also Catwoman hält verdammt viel aus. So. Nein. Zu mich auch. So, hier. Für den Boomerang. Spür meine Fäuste. Oh. Ich seh das schon. Inwiefern sterben wir jetzt. Ich steh wieder auf. Okay, jetzt ist wieder der Super. Ich bin super schnell. Trick dran. Und so hat mich doch erwischt. Game over. Okay, und ab wo können wir wieder rein? Na, komm. Oh, Konami. Da waren wir schon. Nein, nicht wirklich, oder? Okay, das ist das Video. Oh, bitte nicht gerade von Anfang. Bitte, bitte. Nein. Okay. Gut. Also, mein Lieben zu euch. Ich glaube, das war dann jetzt mal so eine Mini-Let's-Play-Reihe, weil ich schaffe das auf keinen Fall, am Stück durchzuspielen. Und wenn ich jetzt so oft versuche, irgendwann habe ich da überhaupt keinen Bock mehr. Ich überlege mir da nochmal auf jeden Fall was. Und, ja. Würde definitiv sagen, man sieht sich definitiv bei den Let's-Plays irgendwann mal wieder. Und hier mit Batman, da schaue ich mal, ob ich das dann weitermache, bis ich das dann irgendwann durchhabe. Aber ich denke halt, das ist auch für euch langweilig, wenn dann immer wieder, immer wieder die selben Level kommen, weil ich immer wieder so doof bin und verrecke. Also, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Soll ich dann trotzdem so lange weitermachen, bis ich es irgendwann in Eindruck durchgespielt habe. Und, ja. Man sieht sich. Wie gesagt, schreibt mir die Kommentare voll. Hoorido und auf Wiedersehen. Ciao.